hallo freunde und herzlich willkommen hier bei levis cards 15 ich begrüße euch zu einer news ja es gibt mal wieder was für lau und zwar diesmal kommt es vom epic game store wenn es mal laden würde bekommen wir dann dieses wunderbare mittelalter königreich spiel ist heißt kingdom new lands kostet normalerweise 14 euro 99 und ist zurzeit kostenlos bis zum 13 juni dafür müsst ihr euch einfach im epic game store registrieren ja epic game store und dann natürlich den launcher installieren vorher und dann runterladen das spiel installieren und loszocken ja es geht hier um mittelalter um monarchen um ritter wir sehen es gibt steinhütten irgendwelche wesen die um einen brunnen tanzen und da kommt schon der könig angeritten sowohl im winter als auch im sommer ein ritter der ein schwert hoch hält wunderbare retro grafik pixel grafik auf jeden fall sieht sehr nice aus freunde eine prinzessin die auf einem fabelwesen leuchtenden fabelwesen durch den dunklen wald reitet ja lecker lecker so das ganze braucht so viel mindest anforderungen oder empfohlen so viel ich denke jeder pc sollte dieses spiel doch schaffen freunde auf jeden fall sieht sehr sehr nice aus wie gesagt ihr könnt euch sichern freunde ein paar bewegte bilder sehen wir hier kingdom new lands ja ich hoffe diese news hat euch gefallen wenn ja könnt ihr beim nächsten mal wieder einschalten hier bei levis k12 10 ich verabschiede mich und sage bye bye